8. November 2038, 17.10 Uhr Ich glaube, wir sind jetzt hier, was Luther letztes Mal meinte, dass sie uns helfen können, über die Grenze zu kommen. Ich dachte, das Roto funktioniert jetzt wieder, oder wie? Wo ist denn die beiden da? Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Ja, das sieht so skeptisch aus. So scheint ziemlich nett zu sein. Ja, und damit erst mal Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Twilight Becoming Human. Können wir Ihnen vertrauen? Ja, ich denke schon, ja. Wir haben keine Wahl. Eine Wahl hat man immer, aber ich denke schon, dass man ihm vertrauen kann. Zumindest Rose. Alles. Alles okay? Mir ist kalt, Cara. Wir gehen rein. Da wird ihr ganz schnell wahr. Noch was? Kommt rein. Oh, sie erklärt jetzt nicht. Wer ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Ja. Der scheint das nicht so zu mögen. Und davon gehen einfach. Wo geht's hier? Alles? Was ist das? Hier ist wirklich schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ihnen nichts getan. Kompliziert, Missverständnis. Menschen sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Optimistisch, würde ich sagen. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Es ist echt nett, Jus. Essen vorstelle. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Es sind ja Tage. Es ist ja Tage, mich zu essen. Wie kann das sein? Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bin nicht essen. Ich bleib bei ihr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Weihnachtsdekoration. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Jetzt schon. Wir sind ehrlich zu ihr. Ihr Vater hat sie geschlagen. Mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Hm. Ja, warum sie danken? Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können sie uns helfen? Markus. Ja. Markus. Markus. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Oh nein. Es sind weitere Androiden hier. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice. Alice. Was machst du? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Lassen sie mal her. Ich war nicht. Ich war nicht. Ich war nicht. Ich will nicht länger in Ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Cara? Ja. Mir geht's gut. Oh Mann. Ich will mal was zum Dose geben. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Ableichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen, dass... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie? Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Schwierige Situation. Schwierige Situation. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Und ja. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen. Okay. Bleib du hier. Es dauert nicht lang. Es sind echt sehr gute Schauspieler dabei. Es sind ja echte Menschen, die per Motion Capture aufgenommen worden sind. Richtig toll gemachtes Spiel. Emotion pur. So, jetzt können wir uns mal umschauen. Ich liebe Alice. Ich will nichts essen. Der dritte Weltkrieg. Jetzt auch ein Angebot. Ja, die machen jetzt Rabatt für die Androiden, weil keiner sie mehr haben möchte. Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Du weißt es, aber du willst es nicht sagen. Weil sie nicht reden möchte, oder möchte sie nicht reden? So. Okay. Was? Ich weiß nicht. Nein. doch wir erwarten mehr informationen in den nächsten stunden nein was ist er? wer ist das? die polizei? ist das die polizei? nein 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 die müssen sich verschlecken was machen wir jetzt? sie wissen dass wir hier sind wir müssen aufmachen oben oben ich wusste dass das passiert komm alice ich wusste es rein beruhige dich junge du musst auch Schwierigkeiten bringen alter muss man mit dem jungen reden ach das muss sich bewegen, das kannst du verstecken verstecken komm und gleich ist ja gut so mit dem jungen reden erstmal ruhig 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 oh nein ich kann nicht mit ihm reden nein zu spät Mist ach jetzt ok na komm wenn du in Panik gerätst ist es vorbei willst du uns in Schwierigkeiten bringen? willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? dann bleib ruhig und tu was ich sage ok gibt es noch was was ich verstecken muss? ja zu machen ok ok alles ist ok ok guten Abend entschuldigen sie die Störung der der Deputy Möchten sie eine Tasse Kaffee? sehr gerne ist ihnen letzte Zeit was ungewöhnliches aufgefallen? unerwartete Besucher nein ich hoffe ich habe alles versteckt ich hoffe ich habe alles versteckt nein mir ist nichts aufgefallen sonst noch jemand im Haus niemand nein nein nur wir haben sie Androiden hier? nein nein hier sind keine Androiden ich muss schön ruhig bleiben bitte schön ruhig bleiben bitte danke bitte ich dachte es wird so nicht aber ich dachte es wird so nicht sonst niemand im Haus ich 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 vergaß meine Tochter ist oben was? ich vergaß mich was ist es ich hätte Alice erwähnen sollen geht doch eigentlich was willst du noch wie heißt du Junge? Adam mein Name ist Adam ist alles in Ordnung Adam? die die Androiden sie er ist müde er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet weißt du irgendwas über die Abweichler? hast du welche gesehen? nein nein ich habe nichts gesehen ich muss dann los danke für den Kaffee schönen Abend noch schönen Abend tschüss ist noch jemand im Haus? Waschmaschine Waschmaschine das ist nichts die die Waschmaschine ein altes Modell sie macht einen schrecklichen Lärm entschuldigen sie die Störung oh Gott oh Gott er ist weg es ist okay Alice wir sind jetzt sicher wir sind jetzt sicher da ist Rose macht euch bereit wir gehen heute Nacht woher ist und ich das ist was ist was ist was was ist ach es ist auch ganz gut gelaufen es ist auch ganz gut gelaufen ja alles hat sich gewöhnt so war eigentlich sehr gut gelaufen ich bin zufrieden so dann mache ich hier eine Pause und bis zur nächsten Folge tschüss achso vergisst nicht den Kanal zu abonnieren das muss ich auch immer sagen tschüss danke für die Unterstützung